Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abholen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Holt ab. Holte ab. Hat abgeholt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich hole ab. Du holst ab. Er holt ab. Wir holen ab. Ihr holt ab. Sie holen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich holte ab. Du holtest ab. Er holte ab. Wir holten ab. Ihr holtet ab. Sie holten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe ab. Ich habe abgeholt. Du hast abgeholt. Er hat abgeholt. Wir haben abgeholt. Ihr habt abgeholt. Sie haben abgeholt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich hole ab. Ich hole ab. Du holest ab. Er hole ab. Wir holen ab. Ihr holet ab. Sie holen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich holte ab. Du holtest ab. Er holte ab. Wir holten ab. Ihr holtet ab. Sie holten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Hole ab du. Holen ab wir. Holt ab ihr. Holen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abholen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.